Hello, 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 hier ist iJMBS und heute gibt es mal etwas Neues hier, was gab es noch nicht so oft bei iJMBS. Und zwar ich habe bei Ebay, wie man unschwer erkennen kann, eine Mystery Box gekauft. Keine Ahnung, was da drin ist, ich habe noch nicht reingeschaut. Laut Artikelbeschreibung Amazon und TV-Retouren, was das auch immer so genau bedeutet, weiß man nicht. Also, ja, Online-TV-Händler, alle Kategorien und ja, da schauen wir heute rein. Hat um die 40 Euro gekostet, ich erwarte viel, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Denn ich könnte mir vorstellen, dass viele Händler das auch einfach zur Müllentzeugung, Abfallentzeugung, Ladenhüterentzeugung nutzen. Und ich habe auch noch 40 Euro dafür bezahlt. Wir werden sehen, wir machen es mal auf und dann wissen wir mehr. Tja, keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet, lassen wir jetzt einfach mal überraschen. Schauen wir mal. Das wird es jetzt vielleicht öfter geben, ich habe noch ein paar gekauft, die habe ich noch nicht bekommen. Die packen wir dann beim nächsten Mal aus. So, jetzt schauen wir mal. Also, es ist extrem leicht und, aha, da ist da jetzt also nicht wirklich viel drin. Was ist das denn? Also, ja, was in aller Welt. Das war's. Ja, großartig. Ganz toll. Keine Ahnung, was ist das hier? Was ist das? Irgendwie so. Was ist das für die... Für die Schule? Für die Schule, was? Zum... Okay. Und das? Hm. Großartig. Zwei Sachen. Tolle Mystery Box. Großartig. Toll. Es ist so ein Quatsch. Ich mach das mal auf. Ich weiß es so genau, was das hier ist. So Sohlen. Mhm. Also, es sieht ja zumindest mal neu aus, aber... Okay. Das war ja jetzt nicht so toll. Also... Wenig Mystery, einfach nur irgendwie... Naja. Toll. Also, jetzt bin ich aber mehr als enttäuscht, muss ich sagen. Äh... Moment. Ja, also, ich hab jetzt mal etwas recherchiert. Das ist so ungefähr 15 Euro wert und das hier so 25. Das heißt, ja, ungefähr das, was ich dafür bezahlt habe. Aber irgendwie hatte ich es mir jetzt doch etwas spannender vorgestellt. Das ist jetzt also zwei Sachen und naja, bei dem bin ich mir nicht mal sicher. Ich hab mal reingeschaut, das sieht so aus, als wäre das wohl schon mal ausgepackt gewesen. Also irgendwie jetzt gar nichts, was ich da wirklich brauchen kann. Naja, also das war jetzt nicht so die beste Kiste. Wir werden sehen, ob die anderen besser werden. Das war's für heute. Nicht ganz so toll, wie ich es mir vorgestellt hatte. Okay. Kann ich jetzt nicht so empfehlen, die Box. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schweier Noelle. Oh, ja, von mir aus auch das. Ah, alles klar. Au revoir. Und den Daumen hoch und den Kommentar noch dazu. Und ab und nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis dann. Antenne.